Du guckst auf die Uhr, du machst dir Gedanken, sagst, oh, morgen ist ein wichtiger Tag. Du guckst auf die Uhr und denkst, oh, ich habe noch so viel zu tun und wenn ich nicht fit bin, dann funktioniert der nächste Tag nicht. Zum Thema Einschlafen und Durchschlafen hast du das Video gesehen. Jetzt kommt die Königsdisziplin, das Wiedereinschlafen. Warum ist das Wiedereinschlafen so schwer? Weil meistens ist es ein Schockmoment, ein Albtraum oder wenn du Kinder hast, ruft ein Kind um 2, 3 Uhr und dann gerätst du in eine Kaskade hinein, die keiner will. Dein Sympathikus geht hoch, dein Cortisol geht hoch, dein Adrenalin geht hoch und in diesem Zustand wirst du nicht wieder einschlafen können. Und was sind dann die Punkte, die noch obendrauf passieren? Du guckst auf die Uhr, du machst dir Gedanken, sagst, oh, morgen ist ein wichtiger Tag. Du guckst auf die Uhr und denkst, oh, ich habe noch so viel zu tun und wenn ich nicht fit bin, dann funktioniert der nächste Tag nicht. Das heißt, du erzählst dir Geschichten in deinem Kopf, die dazu führen, dass dein Gehirn nicht mehr abschaltet. Und deswegen, nehme etwas, um es aufzuschreiben, das haben wir schon gehört. Das heißt, wie ein Denkarium, tue die Dinge, die dich beschäftigen, einfach aufschreiben und stehe auf jeden Fall auf. Wälze dich nicht im Bett, weil du wirst durch das Hin- und Herwälzen keine ruhige Minute mehr finden. Nehme dir etwas vor, was sehr monoton ist, was sehr, sehr einfach gestrickt ist, was du am besten nicht magst. Und versuche die Lichtquelle, so wenig Blaulicht wie möglich zu setzen. Wenn du eine Blaulichtbrille hast, wäre das perfekt. Aber das ist etwas, was für dich entscheidend ist, dass Melatonin nicht abgebaut wird. Dass das Melatonin nicht abgebaut wird. Und da musst du einhaken. Das heißt, wir sind darauf programmiert. Ich erzähle zum Beispiel immer noch Geschichten oder wir sprechen nochmal um meine Kinder. Warum schlafen Kinder nach Geschichten gut ein? Weil es ein Ritual ist. Das heißt, schaffe dir ein Ritual, wenn du aufgewacht bist und nicht mehr einschlafen kannst, dass dich dann wieder dazu führt, zu schlafen. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich daran denken würde, aufzuräumen. Oder irgendeine unangenehme Dinge zu machen, wo ich sage, das passt nicht. Was sehr, sehr gut hilft, ist, wenn du, sage ich mal, kurz was liest, was jetzt nicht so interessant ist. Oder ein Hörbuch hörst, um einfach deine Gedanken davon abzulenken, was dich vom Schlafen abhält. Und wenn du etwas zu dir nehmen willst, um das Einschlafen zu fördern, würde ich dir empfehlen, wirklich dann mit nochmal einem Melatonin zu arbeiten. Hier ganz wichtig, ein hochdosiertes, kurzwechsames Melatonin als Supplement. Ich würde sagen, so 2 Milligramm. Weil es wird ja auch relativ schnell abgebaut. Das heißt, du hast keinen Hangover-Effekt. Kannst aber auch mit GABA arbeiten. Da haben viele Leute mir auch sehr Positives berichtet, was auf jeden Fall hilft, beim schnellen wieder einschlafen. Aber der natürliche Prozess ist das Allerwichtigste. Schaffe es, dein Gehirn wieder auf einen Schlafmodus zu bekommen, ohne dir die Geschichten zu erzählen, die dich vom Schlafen abhalten. Wenn du noch ein paar Tipps hast oder wenn du sagst, da habe ich noch eine Frage dazu, dann stell mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn du sagst, hey, das Video hat dir gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch und gerne lass mir auch ein Abo da. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Mach's gut, dein Frank.